Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Ankündigungsvideo. Heute wird es wieder einen Witcher 3 Stream geben, am 19. April. Und ja, ich würde sagen, es geht weiter mit der Hauptquest, soweit wir das machen können. Ich denke, wir werden uns heute auf die Suche nach Triss begeben. Ob wir sie finden und ob wir jetzt sie oder Jennifer bevorzugen, das werden wir dann wahrscheinlich heute rauskriegen. Bis dahin, 20 Uhr soll es losgehen. Wie gesagt, plus minus. Und ja, wir sehen uns dann heute Abend hoffentlich. Und Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Und bis dahin sage ich Tschüss Leute.